Wir sind heute in Winscheringen zusammengekommen, um unsere Einheit DECON-P, die Bundeinheit, hier in Winscheringen zu testen und zu beüben. Interiminationseinheit Winscheringen nimmt Aufgaben im Bereich der kommunalen Gefahrenabwehr sowie Aufgaben im Katastrophenschutz und auch auf Bundesebene im Zivilschutzteil. Der Bereich des Katastrophenschutzes umfasst natürlich alle Aufgaben, die die normale kommunalen Feuerwehren nicht leisten können. In Rheinland-Pfalz sind die Aufgaben des Katastrophenschutzes unter anderem diese CBRN-Lagen oder wie man früher gesagt hat, die ABC-Lagen, also Lagen im Gefahrstoffbereich. Ebenfalls machen wir auch Amtshilfe für Veterinärämter. Sie haben ja mitbekommen, in den Medien wird ja in der letzten Zeit öfter über die afrikanische Schweinepest berichtet. Auch dies sind Lagen, wo wir als Katastrophenschutz Amtshilfe leisten können. Ebenfalls können wir Amtshilfe für Gesundheitsämter leisten. Wir können den Trinkwasserschutz im ersten Step sicherstellen. Wir können mit diesem Fahrzeug gereinigtes Wasser, echtes Trinkwasser fahren und an die Bevölkerung bringen. Und so bis zum Eintreffen oder bis zur Aufrechterhaltung der normalen Wasserversorgung oder Wiederherstellung der abgerissenen Wasserversorgung im ersten Step eine Brücke schlagen. Und so über die Scheisse. Und so über die깨�